Wenn Bobby mal einen erogenen Punkt gefunden hat, dann beschäftigt er sich damit so lange, bis es eine erogene Wunde wird. Die total indiskrete. Ich würde nie mit Hoffmann über so intime Sachen zwischen Claudia und mir reden. Ein Freund von mir, der Bernd, von meiner Arbeit. Wer hat ein Problem? Was ist denn Bernd im sein Problem? Nee, dass seine Frau das Problem hat, dass sie keinen Orgasmus bekommen kann. Aber das ist doch kein Problem. Nein? Weil ich die Lösung habe. Meine neue App. Leck mich. Einfach die Pfeile nachlegen. Man kann auch Punkte sammeln. Hier, aber versau mir nicht mein Score.